Robert Schumann und seine Frau Clara Von dem Herrscher und der Zofe gab es Beifall einst am Hofe, als Frau Schumann dort bescherte auf dem Flügel ein Konzert. Jener Vortrag ging vonstatten mit den Werken ihres Gatten. Und am Abend gab es spät großes Lob der Majestät. Die Frau Clara ein Pläsier und auch optisch eine Zier, von dem Können ganz zu schweigen und er müsse sich verneigen. Und so Robert ganz am Schluss, sind auch Sie ein Musikus? PS. Und fortan war voll der Buhmann, jener Herrscher für Herrn Schumann.